1992 gewann die dänische Nationalmannschaft die Europameisterschaft und jetzt über 30 Jahre später ist man wieder mit einer goldenen Generation, zumindest im Achtelfinale dabei, trifft am Samstagabend in Dortmund auf die deutsche Nationalmannschaft. Die Gruppe, die hat man mit drei Unentschieden beendet, gegen Slowenien, gegen England und auch gegen die Serben ganz zum Schluss. Jeweils nur einen Punkt geholt, zwei Tore geschossen, zwei kassiert, auch in der Qualifikation nicht übermäßig überzeugt. Es ist ein recht alter Kader, recht altes Team im Prinzip mit Rasmus Heule und eigentlich nur ein wirklich junger Spieler, der überhaupt eine große Rolle spielt im Team. Interessant, 100 Prozent Legionäre, kein einziger Spieler der dänischen Nationalmannschaft spielt, aktuell in der Heimat. Hängt auch damit zusammen, dass Trainer Kasper Jumann so ein bisschen in der Kritik steht für seine Nominierungen. Da waren der ein oder andere dabei, zum Beispiel Matt O'Reilly von Celtic, der nicht dabei ist, aber darüber sprechen wir später, wenn es zum Kader kommt. Bevor wir im Detail über die Dan und ihren Trainer und über die Spielweise sprechen, gerne schon mal hier bei YouTube ein Abo dalassen bei der Wettbasis, die Glocke anmachen. Ihr wisst, EM-Content ohne Ende für euch! Ja, die Dänen mit Kasper Jumann, ein recht erfahrener Trainer auf Nationalmannschaftsebene, als Spieler keine große Karriere gehabt, danach lange bei North Siena als Coach gewesen und auch mal acht Monate in Mainz vor knapp zehn Jahren. Dürfte der eine oder andere aber schon wieder verdrängt haben. Jetzt bei den Dänen, ja der sehr intelligente, sehr emotionale Coach mit einer klaren Defensivstruktur. Also er will, dass das Team immer hinten kompakt steht, deswegen auch in der Regel ein 3-4-2-1 oder 3-4-3 System, was dann natürlich gegen den Ball zu einer Fünferkette wird. Möchte aus dieser defensiven Grundordnung heraus vorhin immer wieder mit guter Intensität anlaufen, aber das Wichtigste für die Dänen mit dem Ball, schnelle Ballprogression. Möchte immer wieder schnell umschalten, schnell Linien überspielen. In der Qualifikation die meisten progressiven Pässe aller Teams gespielt, um eben schnell hinter die Ketten zu kommen, gerade in Heule und auch in der Tiefe anzuspielen, weil man eben auch so ein bisschen limitiert ist, was zum einen die Laufspieler im zentralen Mittelfeld angeht, also eigentlich nur wirklich passlastige Spieler und man hat nicht die richtigen Flügelspieler, die richtigen Tempo-Dribbler, die fehlen auch. Dementsprechend das Spiel sehr, sehr stark auf Flanken und auf Kurzpässe limitiert. Die erste Elf hast du gerade eingeblendet gesehen. Auch gegen Deutschland dürfte es genau die gleiche Defensivstruktur geben wie in den Gruppenspielen. Natürlich hinten drin mit Kaspar Schmeichel, absolute Legende in Dänemark. Er lebt gerade so bis in seinen zweiten Frühling in Belgien. Mit 37 Jahren zum besten Keeper der Saison gewählt worden. Über 14 Tore weniger kassiert als nach Expected Goals des Gegners. Dazu eine Self-Quote von fast 80 Prozent. Extrem stark auf der Linie. Super Reflexe. Aber so ein paar Defizite natürlich auch aufgrund seines Alters, wenn es darum geht, die Linie zu verlassen. Auch nicht der größte Torwart. Das heißt in der Luft auch ein paar Probleme. Blicken wir auf die Abwehrkette. Andreas Christensen, linker Innenverteidiger vom FC Barcelona. Starker linker Fuß, hohe Passqualität. Kann damit immer wieder Joachim Mehle auf der linken Schiene in Szene setzen. Gutes Vertikalspiel, auch im Zweikampf am Boden, auch in der Luft. Wirklich sehr, sehr stabil. Dazu hohes Tempo. Aggressive Zweikampfführung. Geht immer wieder raus aus seiner Position. Verteidigt im Halbraum dann mit hoher Intensität. Gleiches gilt auch für Joachim Andersen aus der Premier League. Stammspieler bei Crystal Palace. Er ist nicht ganz so proaktiv, nicht ganz so temporeich, aber dafür in der Luft noch ein bisschen stärker. Auch er. Super Passqualität. Und im Zentrum natürlich, ja, Yannick Westergaard. Legende aus der Bundesliga. Absolutes Ballwerk. Richtiger Leuchtturm. Fast zwei Meter groß in der Luft. Im Prinzip immer der Gewinner. Auch im Bodenzweikampf sehr, sehr stark. Agiert generell ein bisschen passiver. Auch im Ballbesitz nicht so wirklich aktiv im Aufbau. Dafür aber natürlich gegen den Ball eine absolute Waffe. Ja, auf den beiden Schienenspieler Positionen ist vor allem Joachim Mehle, der Wolfsburger, absoluter Schlüsselspieler. Kann links spielen, kann rechts spielen. Danach richtet man dann aus, ob Christiansen oder Alexander Baas spielen. Joachim Mehle extrem temporeich. Dazu die höchste Laufdistanz aller Spieler im Turnier pro 90 Minuten. Weit über 13 Kilometer. Immer wieder Durchbrüche mit seinen Läufen, mit seinen Dribblings. Super Bälle, die er in die Box reinbringt. Dazu eine Zweikampfquote von fast 70 Prozent. Weitfüßig stark. Ich glaube, so ein Schienenspieler wünscht sich jeder, der mit einer Dreierkette spielt. Baas oder Christiansen, je nachdem, stehen generell ein bisschen tiefer. Geben Mehle eben die Freiheit, nach vorne aufzurücken. Beide können ganz gute Flanken schlagen, haben auch ein gutes Passspiel. Aber sind deutlich, deutlich schwächer, gerade offensiv, im Vergleich zu Mehle. Im zentralen Mittelfeld, jeder kennt ihn, Pierre-Mil Heubiak. Absolute Institution bei den Dänen. Der Spielgestalter. Über ihn läuft im Prinzip alles. Bis hin, wir hatten es letztes Mal mit dem Schweizer Toni Kroos, Kranitschaka. Jetzt mit dem dänischen Toni Kroos, Pierre-Mil Heubiak. Über 100 Ballaktionen pro Spiel bringt extremst viele Bälle ins letzte Drittel rein. Super Übergangsspieler. Gute Vertikalität in seinem Spiel. Läuft mit dem Ball sehr, sehr wenig. Dementsprechend muss das eigentlich der Nebenpart erfüllen. Zu denen kommen wir gleich. Heubiak dazu sehr, sehr zweikampfstark. Hohe Laufdistanz, hohe Laufintensität. Sehr, sehr aggressiv. Rückt im Gegenpresse immer wieder auch mit nach vorne raus. Ganz, ganz elementarer Spieler für den Teamerfolg der Dänen. Und eigentlich sein Nebenmann Morten Jullmand. Ganz, ganz spannender Spieler von Sporting Lissabon. Man hat da eine richtige Breakthrough-Saison erlebt. Ähnlich zu Heubiak. Sehr zweikampfstark. Auch eher mit einem guten Übergangsspiel. Aber gelb gesperrt. Wie bei Deutschland eben auch Jonathan Thaar beispielsweise. Dementsprechend die Nebenposition. Unklar. Delaney könnte da spielen. Nörgert könnte da spielen. Beide defensiv natürlich deutlich stärker. Und sehr, sehr ähnlich zu Jullmand. Andere Option. Jensen von Brentford. Ist mehr dieser Achtertyp, der den Ball auch tragen kann. Gäbe in denen mit dem Ball eine bisschen andere Varianz. Ich gehe aber davon aus, dass man mit dem erfahrenen Delaney geht, um defensiv erstmal kompakt zu stehen. Wenn wir ganz nach vorne blicken, hat man mehrere Optionen, mit denen man da starten kann. Zum einen eine tiefere Option, die neben Eriksen auf so einer Doppelzehn spielen könnte. Andreas Dreyer wäre da in der Option. 30 Scorer-Punkte gemacht für den RSC Anderlecht in Belgien in der laufenden Saison. Dazu Andreas Gohlsson spielt in Brügge in Belgien. Auch eher sehr, sehr schussgewaltiger Flügelspieler. Der sowohl auch als Wingback, aber eben auch in so einer hängenden Spitze spielen kann. Und auch Mikkel Damska, der bei der Euro 2021 für Furore gesorgt hat. Aber der spielt bisher eigentlich gar keine große Rolle. In der Sturmspitze an sich natürlich Rasmus Heulund absolut gesetzt. Sein tiefen Lauf ist wirklich ganz, ganz stark und auch auf jeden Fall eine Waffe gegen die deutsche Nationalmannschaft. Sieben Quali-Tore gemacht. Man ist ein bisschen zu stark von ihm abhängig. Macht Bälle mittlerweile auch ganz gut fest. Setzt Mitspieler ein, also wird sich schon in Richtung eines sehr, sehr kompletten Stürmers auch entwickeln. Daneben hat man so ein bisschen die Qual der Wahl zuletzt immer mit Jonas Wind aus Wolfsburg gestartet, der deutlich robuster ist, der Bälle auch mal aufs Tor bringen kann per Kopf. Der Bälle noch besser mit Rücken zum Tor festmachen kann. Aber abschlussrecht ineffizient bringt sich in keine besonders guten Situationen. Andere Optionen, Yusuf Paulsen aus Leipzig, vor allem gegen den Ball natürlich richtig stark. Und Kaspar Dolberg, der auch in Anderlecht spielt, wie ganz viele Spieler aus dem aktuellen Kader. Neben Delaney, neben Schmeichel und neben Dreyer. Er ähnelt aber zu sehr Jonas Wind. Dementsprechend Dolberg keine Option für die Startelf. Bevor wir zur Spielweise der Dänen kommen, lass uns gerne schon mal deinen Tipp da in den Kommentaren. Was denkst du, wie geht das aus? Deutschland gegen Dänemark am Samstagabend? Dein Tipp ist gefragt. Ja, die Dänen mit Ball gerne aktiv. Gegen Slowenien auch das deutlich dominantere Team gewesen. Gegen die Serben, aber auch gegen England. Dann nur mit ungefähr 45% Ballbesitz. Also haben sich da ein bisschen tiefer fallen lassen. Wollten da vor allem defensiv stark stehen. Mit dem Ball, ja die Dänen grundsätzlich ein sehr progressives Team. Vorhin schon angesprochen, die meisten progressiven Pässe in der Quali. Aber jetzt im Turnier mit die meisten linienbrechenden Pässe gespielt. Also schaffen es immer wieder sehr, sehr stark von hinten heraus flach aufzubauen. Überschmeichel, der hat eine gute Passqualität. Genauso wie die Innenverteidiger. Den Ball will man dann möglichst schnell zu Eriksen bekommen. Der dann eben in dieser Zone 14, dieser ominösen vor dem gegnerischen Strafraum, da mit einem Kurzpass, mit einem Steckpass Chancen kreieren soll. Alternative, den Ball zu Mehle verlagern. Gerne auch mit einem Flügelwechsel, was man gegen die Serben ganz oft gemacht hat. Um eben Mehle so ein bisschen im Rücken der Abwehr auch zu finden. Die Dänen grundsätzlich aber offensiv sehr harmlos. Flanken ist ein Mittel, was man hat. Was besonders in den Spielen jetzt in der Gruppe nicht besonders gut gegriffen hat. Dazu eben dieses Kurzpassspiel, diese Steckpässe von Eriksen in den Rücken auf Heulund. Was eine Option sein kann, die bisher aber auch nicht richtig gegriffen hat. Dementsprechend erst vier Großchancen kreiert, drei davon vergeben. Die zwei Tore, die eigenen, die kommen nicht von ungefähr nach Standards. Da ist man aber richtig stark. Da hat man schon 15 Chancen kreiert im gesamten Turnierverlauf. Auch hier natürlich Eriksen als Standardschütze. Der alles entscheidende Mann. Aber grundsätzlich das Spiel der Dänen mit dem Ball schon sehr, sehr ausrechenbar. Weil es eben immer aufs Passspiel ausgelegt ist. Weil man keine Varianz über das Laufspiel drin hat im Zentrum. Und dort die Spieler sich auch zu sehr ähneln, um mal einen anderen Aspekt ins Spiel reinzubringen. Offensiv sind die Dänen recht harmlos. Defensiv dafür umso stärker. Extrem kompakt. Er ist sechs Schüsse aufs eigene Tor zugelassen im gesamten Turnier. Nur drei Teams waren hier besser. Grundsätzlich extrem zweikampfstark am Boden, aber auch in der Luft. Jeweils das beste bzw. das zweitbeste Team. Kommt unter anderem durch die Verteidiger. Die Halbverteidiger attackieren extrem aggressiv raus in die Halbräume. Dazu lässt man sich einfach tief fallen. Ist meistens ein Mittelblock. Situativ presst man auch mal ein bisschen höher. Aber eigentlich eine Fünferkette, da vorne eine Viererkette und Heulund. Da vorne so ein bisschen das Pressing lenken soll. Eriksen und der zweite Stürmer lassen sich gern so ein bisschen in die Halbräume reinfallen. Agieren dann so mehr oder weniger als Flügelspieler. Unterstützen da eben die Schiene. Machen die Seite zu. Und dann ist es extrem schwer für den Gegner, sich überhaupt durch dieses kompakte Ballwerk irgendwie durchzukombinieren. Wie kann Deutschland die Dänen schlagen? Letzte Woche, in der letzten Episode fürs Spiel gegen die Schweiz, habe ich Niklas Füllkrug empfohlen, der dann am Ende des Tages auch getroffen hat, obwohl er nicht starten durfte. Jetzt empfehle ich Füllkrug nicht, sondern einen deutlich spielstärkeren Stürmer. Gerade Maxi Bayer könnte hier richtig gut zünden. Auch Kai Havertz wieder eine Option, um eben ein bisschen hinter die Kette auch reinzukommen, ein bisschen Spielstärke zu erzeugen im letzten Drittel. Weil man eben einen Westergaard, einen Christensen, einen Andersen hinten drin hat. Da hat auch im Füllkrug keine besonders gute Chance. Dazu fehlen in der ersten Elf der Deutschen auch die richtig guten Flankengeber. Also Flanken keine wirklich gute Option. Stattdessen 1 gegen 1 Duelle ganz, ganz stark forcieren. Dann, möglicherweise auch in Sané, vielleicht auch in Führig, jetzt mal eine Option für die Startelf, um eben gerade diese andere Seite der Dänen, auf der nicht Joachim Mähle spielt, ganz stark zu attackieren. Also Bahr und Christian sind beide jetzt nicht auf diesem Top-Niveau, was man bräuchte, um ihn in Führig oder in Sané zu verteidigen. Grundsätzlich wichtig für Deutschland im Aufbau, die Dänen ein bisschen locken, ein bisschen rauslocken aus der Defensive, ein hohes Pressing der Dänen provozieren, sodass man die Ketten auseinanderzieht. Und dort dann immer wieder reinspielen kann. Wirts, Musiala, die sich zwischen den Ketten dann bewegen müssen. Defensiv, Tiefe absichern, ganz, ganz elementar. Heulund wird diesen eher wenigen Ballbesitz der Dänen nutzen, um ganz oft einfach hinter die Kette reinzustarten. Neuformierte Abwehr der Deutschen, Tarr wird nicht spielen, Rüdiger auffraglich. Und da dürfte die Abstimmung auch nicht die beste sein. Und natürlich Standards defensiv vermeiden. Da sind die Dänen extrem stark. Und neben dem tiefen Lauf sind eben gerade diese Standardflanken von Eriksen die größte Waffe der Dänen. Was schließen wir daraus? Ja, die Dänen haben auf jeden Fall eine Chance, Deutschland auch gefährlich zu werden. Deutschland ist ein Team, was vor allem über die defensive Kompaktheit glänzt und auch das Spiel gegen Deutschland mit Sicherheit lange eng halten wird. Also würde mich sehr, sehr überraschen, wenn wir hier früh zwei, drei Tore von Deutschland sehen. Gleichzeitig offensiv ein bisschen harmlos, aber die Schweiz hat gezeigt, wie man Deutschland wirklich wehtun kann. Vor allem über die Tiefe, die man anspielt und über die Intensität, die man vor allem auf einen Toni Kroos draufbringt mit Fabian Rieder. Der hat es wirklich extrem stark gemacht und auch hier kann man sich eigentlich genau abschauen und genau abkupfern, was eben die Eidgenossen gemacht haben und Toni Kroos genauso aggressiv anlaufen und somit das deutsche Spiel von hinten heraus direkt lähmen. Wenn dir die Episode heute gefallen hat, lass uns gerne ein Like da, ein Abo da, mach die Glocke an, schreib uns gerne, wie vorhin schon mal angesprochen, nochmal rein, was denkst du, wie geht das Spiel aus? Am Samstagabend kommen die Deutschen ins Viertelfinale oder haben die Dan vielleicht tatsächlich eine Außenseiter-Chance? Ich bin gespannt, bis zum nächsten Mal.